So schön ist München, die bayerische Metropole mit dem weltbekannten Olympiapark, meine Damen und Herren, mit dem Touristen dahinter, das BMW-Werk in der Dostlerstraße, Weltklassewetter für eine Weltpremiere in München und diese wunderschöne Internet zu sehen. In München arbeiten Menschen aus 56 verschiedenen Ländern. Es ist eine technische Meisterleistung, dieses hochkomplexe Fahrzeug bei unseren... Und der Dreier-BMW ist ein wichtiger Teil unserer Erfolgsgeschichte. Heute, 1975, lief hier in München der erste BMW-Dreier vom Band. Heute sind in unserem Stammwerk in München Sie für den Anlauf der sechsten Generation des BMW-Dreiers sehr gut gerüstet und verantwortlich. Und jetzt wird es Zeit, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das neue Werkslogo zu entfüllen und dass wir den neuen BMW-Dreier live erleben. Recht vielen Dank und ich bin mir absolut sicher, dass alles bei Ihnen hundertprozentig in guten Händen liegt. Recht vielen Dank. Das BMW-Dreier-Werk wünschen Stärke aus Tradition, Zukunft durch Leidenschaft. Das BMW-Dreier-Werk wünschen Stärke aus. Wir sehen die Niere und da ist er. Das ist die Weltpremiere der neuen Dreier. Ganz viele BMW-Werk haben schon drauf unterschrieben. Ein BMW-Dreier-Werk wünschen Stärke aus 163 PS in strahlendem Alpi-Weiß, meine Damen und Herren. Und da ist der 320-W-Dreier-Werk wünschen Stärke aus. Und da ist der Motorhaube, meine Damen und Herren. Ist er schön? Wir freuen uns auf noch zwei neue BMW-Dreier, meine Damen und Herren. Die Sportline. So, die ersten Fotos sind geschlossen. Und da kommt der allererste vorgefahrenen Werke hier vorne, die ganz nahe beim Werktor stehen. So, kommt durch. Ihr müsst einfach mal die Gasse freimachen. So, und einmal noch ein Wächeln, die haben Sie schon gesehen. Und Esther fängt draußen die Premierenstimmung ein. Diese besondere Stimmung im Bereich der ersten Wahl. Schauen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter raus und schauen sich diese Premieren. Esther, wie ist die Stimmung draußen auf der Losnachstelle? Sie jubeln, sie jubeln, sie klatschen. Und das ist ein letzter Applaus hier aus dem BMW-Werk. Und der ist laut und den kann man überall hören. Und natürlich die Autos. Untertitelung des ZDF für funk, 2017